Applaus 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 Musik Luka hat schon gefragt ob der Jägermeister kommt. Musik 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, der ist dran, der ist dran, da muss er diese Runde so zu singen, braver Mann, braver Mann, so kommen wir, wieder zu mir, 1, 2, 3, 5, 6, 7, und dann jeder kommt mal dran, und dann fange wieder, schönes Spiel auf den Anfang vorne an, vorne an, so, So kommen wir wieder zum Bild, wir haben großen Durst, der Durst mir immer mehr. Drum trinken wir jetzt ein ganzes Bier fast leer, und ist in diesem Fass nicht ein Tropfen mehr. Da drinken wir schnell ein neues Fass. Erst wenn uns der Durst vernetzt, tralalala, kommt zusammen. Wir heben hier dieses Fest, tralalalala, braaaa! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20 ... So kommen wir wieder zum Billucke. Wir haben großen Durst, der Durst wird immer mehr. Trinken wir jetzt ein ganzes Bier, was Lern? Und ist in diesem Pass nicht ein Problem mehr. Dann bringen wir schnell ein neues Pass hierher. Es fällt uns, der Durst verlässt, tralalala, und zusammen mit dir, endlich dieses Fest, tralalala. Tralalala, oh, oh, oh. Wir nehmen für dieses Fest, tralalala. Liebe Freunde, wir sind heute hier schon etwas auch international. Ich darf jetzt fragen, haben wir jemanden, der da aus Slowenien kommt außer uns? Fibo, das ist international. Mein Freund hat hier auch eine Frage. Wir sind heute hier in Italien. Italien, Holland, Niederlande. Warte, Warte. Auch ein Tisch. Auch ein Tisch. Warte, Österreich. Kommt jemand aus Starmark? Ja! Haben Sie schon alle einen verrückten Slowenien gesehen? Ja! Also heute haben alle Gäste die Chance, einen verrückten Slowenien zu sehen. In dem Titel total verrückt singt jetzt einmal unser Luca auf Slowenisch. Vielleicht glauben Sie es mir nicht aufs Wort, aber der Mann spricht kein Wort Deutsch. Er nennt noch, er ist erst drei Monate bei uns. Das wird schon, bis nächstes Jahr schafft er das. Aber heute singt er total verrückt. In unserer Sprache genießen Sie einmal einen verrückten Slowenen. Er ist schon eine Sprache. Ich gehe nicht aufs Worten. Er ist erst sie wie ein Sprache. Er ist Aiheber, war das ja wesentliche Laufen. Er ist ein Blüß. Er ist ein Blüß. Und sie hingegen国isch. Er ist noch nicht in der Herzen. Ich bin im Kopf, wenn ich gesprich. Und sie hauen noch, und sie Panic. Er ist ein Blüß. Ich bin im Kopf, wenn ich kein Schlähen und dich vermittelt. Er ist eine Sprache. Ich bin schwarz, wie ich nicht schallig kann. Ein Blüß nicht schmerz. Er ist Pachtig. Ich bin ein Blüß. Er ist ein Blüß. Er ist ein Blüß. mit der Rennie. Soos, ko je gar, Sieg, Gott, Rennie. Boi, ich so Sieg, das Bessero. Mit Musik, am Herd, Sieg, Rennie. Talies, kann boi, ich Sieg. Ja, kedar jaham, jaz ne maham, kedar maham, sie raz jaham, jaz ne jaham, jaz ne jaham, jaz ne se mnoj. Ja, če ne morem spati, če ne morem, zjutaj ostatim, so pač tak, kot so me unim naredil. Če Sešek trepil brez trebuha, setem pepil, kakor muha moj, trebuha en kolosum. Ja, če sem sam ni druzga, zraven, če so druh, jaz se glavom, zmetim, te si spet sega napil. Ja, jaz sem se že preizkusil, vete, jezik si naprusil, se so probal, naredil. Zraven, močno sem podil, jaz sem tudi prezdrav, mi tu pražal, kakaj ne naredil. Ja, reko, da, naredim. Če se mozim, ogovarjam, seka se me ogovarjam, tal, sej se, ki malčem zliz. Če se tikam, se ne vikam, če se vikam, druge špikam, že možnani moji so potes. Sinole! Vlasku s koje zliš, če to glavim. Vlasku s kojim, da! Te se moj z hezikam, da! Vlasku s kojim, da! Vlasku s kojim, da! Vlasku s kojim, da! Na, vlasku s kojim! Geben! Lukas Ischek ist total berühmt. Wir machen jetzt wieder einen schönen Kontrapunkt, ja nicht Kontrapunkt, sondern eine ganz, ganz umgekehrte Geschichte. Nämlich wir lassen jetzt einmal unseren Klementisten spielen bei einem klassischen Stück von Opa Slauka, das Kirtellied. Sind Sie bereit? So geht's. 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 Musik 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 Musik